Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen. Es gibt Solid Snake im Battle Pass. Wenn ihr den Battle Pass in Fortnite habt, bekommt ihr jetzt einen kleinen extra Mini-Battle Pass. Dort müsst ihr verschiedene Aufgaben erfüllen. Das hier ist Seite 1. Verstecke dich 10 Sekunden lang in einem Pappkarton, easy gemacht. Findet ihr überall auf der Map. Füge Gegnern im Umkreis von 10 Metern 250 Schaden zu. Füge Gegnern 50 Schaden mit Explosionswaffen zu. Raketenwerfer, mal so als Stichwort. Füge Gegnern 500 Schaden mit Sturmgewehren zu und zerstöre 2 Sicherheitskameras oder Geschütztürme. Das war Seite 1. Seite 2 folgt dann danach. Füge Gegnern 2500 Schaden mit einer schallgedämpften Waffe zu. Nutze 3x eine EMP-Tarnvorrichtung. Nutze in 5 verschiedenen Matches ein Versteck, das kann ein Pappkarton sein, ein Müllcontainer oder auch ein Klo. Hilf beim Öffnen von 3 Tresoren oder beim Hacken von 3 Zugüberfalltruhen und füge 10 verschiedenen Gegnern Schaden zu, bevor sie dir Schaden zufügen. Wenn ihr diese Aufgaben erledigt habt, habt ihr ganz viele Belohnungen freigeschaltet. Die könnt ihr hier sehen. Ich finde sie mega. Guckt sie euch an. Richtig, richtig coole Sache. Verschiedene Emozen, Gleiter, ein Backblink, eine Spitzhacke und natürlich auch, wie ihr jetzt sehen könnt, hier den Ladebildschirm. Und natürlich nicht zu vergessen und ganz, ganz wichtig, die drei Skins hier. Einmal ohne Maske, einmal Solid Snake mit Visier und der alte Solid Snake, wie es ihn früher gab. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank und ich freue mich über jedes Like oder jeden Kommentar. Dankeschön. Tschüss, eure Sonny.